Ich hätte merken müssen, wie sehr dich das Menkid getroffen hat. Meinst du, du kannst ihr je vergeben? Vielleicht solltest du das. Ich weiß nicht, aber ich werde sie auf jeden Fall retten. Hä? Durch diese offene Zugangsluke. Schon fast da. Oh, bitte tut mir nichts. Ich befolge nur diese Fehler des Imperators. Bleib mir nur auf dem Weg. Notabteilung eingeleitet. Notabteilung eingeleitet. Leiter Energie zum VIP-Bereichung. Ratchet ist in einer VIP-Zelle, oder? Ja. Es war dumm von dir, mich zu unterschätzen. Jetzt bin ich zu krass. Ich habe einen endlosen Nachschub erfolgt, auf meine Befehle. Achtung, die Räume sind in der Nähe. Die Kampagität bei 56% und 2%. Wir haben doch nicht voll einen Bruchteil der Gewalt und unabhängigen Stärken weiter Herrschaft gesehen. Wir haben genug gesehen. Bevor ich es sage. Aber nicht der VIP-Bereich. Nichts, die Kampagität, die Kampagität. Nichts, die Kampagität! Nichts, die Kampagität. Nichts, die Kampagität! Die Kampagität! Geht ab, los! Alles! Vergiss die Verstärkung, die Kampagität! Nur zwei Wunden, was du treibendst. Ich bin ja. Wir müssen zu Ratchet und Kid zurück, bevor es zu spät ist. Ja, wir müssen nur zuerst hier raus. Das Büro ist... Herr Siegel, wie kommen wir raus? Vielleicht führt das Fenster irgendwo hin. Sollten wir aus etwas Freizeit? Mir scheint, wir haben neue Verbündungen. Sie verlegen seine Zelle schon wieder in den Hochsicherheitstakt? Ich werde einen Plan B entwickeln. Ihre Zelle schneller einholen, bevor sie für immer in den Tiefen des Gefängnisses weggesperrt sind? Oder einen Plan C. Ich werde einen Plan C. Behalte die Zelle im Auge. Wir brauchen einen Weg nach oben. Vielleicht hilft uns dieser Spaltstrahler hoch auf die Plattform. Auf Position, Jungs! Der Lombax braucht Hilfe! Schnell! Wir müssen rüber auf die Hochsicherheitstakt-Plattform. Wir brauchen einen Weg. Untertitelung. BR 2018 Die Konsole. Wenn wir sie überbrüchen, könnten wir sie abbremsen. Ich hab fast gesagt, das wär die richtige Richtung. Zurück in eure Zellen, oder euer Zugang zum Kraftraum ist zehn Zyklen lang gesperrt. Ich hab den Finger am Abzug. Wir geben dir Deckung. Endlich! Wir holen die hier raus. Irgendwie muss man die Zelle anhalten können. Hier werden die herrlichen Strafe des Imperators nicht erfordert. Meiner herrlichen Strafe! Okay, hier kommen wir hier raus. Ich hab alles. So, Kit, eine Idee? Komm schon, Kit, sag was! Ich hab keine Ideen. Wirklich? Weil... Achtung! Rebootentgange! Lacherprotokoll aktivieren! Oh nein! Der Raum füllt sich mit Gas! Luft anhalten! Ratchet! Schnell! Schaff uns hier raus! Drück die Knöpfe und öffne die Tür. Lacherprotokollet! Lachertan! Sie schaff uns hier raus! Schaff uns hier raus! Lachertan! Tapp, denruption! Lachertan! Lachertan! Sie regeln den Bereich ab! Hey, alles fällt auseinander. Ich dachte, Kit wäre meine Freundin, aber sie ist eine lila Lügnerin. Sie scheint es tief zu bereuen. Und jetzt weiter. Vielleicht? Wir werden es nicht schaffen. Häng dich an den Spalt! Ihre Zelle! Sie ist draußen! Ja! Da, schnell! Wir müssen uns auf die Evakuierungsplattform katapultieren. Da, wenn es nicht so kommt, ist es nicht so. Wir müssen uns auf die Evakuierungsplattform im Winter. Wir müssen uns auf die Evakuierungsplattformen hinbekommen. Wir müssen uns auf die Evakuierungsplattformen hinbekommen. Wenn sie verschwinden, verlieren wir sie komplett. Ich mach's so schnell ich kann. Hier sind ein paar Soldaten, die sie wirklich loswerden wollen. Das ist ein paar Widerstand. Schnell bevor die Verstärkung eintrifft! Versteck' hier noch ein Stärker! Halt! 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 Dein Widerstand! Noch! Über den Stärker! Halt! 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 Du bist auf den Schlag da! Halt! Untertitelung des ZDF, 2020 Wie viele Soldaten haben diese Typen denn? Zu viele. Wir spüren einen Schwer. Verbrauchen keine zusätzlichen Lüftungsschliffe. Ich glaube, das waren alle. Nicht ganz. 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 Das war's für heute. Schnell, zieh die Zelle mit dieser Kurbel zu uns zurück. Ihr könnt nie entkommen. Alles ist umstellen und dein Freund wird gerade weggebracht. Verfolgt! Geh zum Himmel! Du! 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 Nicht feuern man dich! Ich tügel, gell? Hat jemand Verstärkung gerufen? Danke für die Rettung. Kit, bist du... Lass uns allein. Wir warten beim Schiff. Clank meinte, ich soll versuchen, dir zu verzeihen. Ich, ähm... Ich gehe zurück nach Savali. Ich hätte niemals... Warte! Du verkriegst dich wieder? Jetzt? Es tut mir... Ehrlich, es tut mir leid, Rilvid. Wirklich alles. Ich... Ich bin kein guter Partner. Du könntest es werden! Hättest du mir in jener Nacht geholfen, statt wegzulaufen, wäre vielleicht alles anders. Hättest du die Wahrheit gesagt, vielleicht... Wieso versteht ihr das alle nicht? Ich bin kaputt! Und werde es immer bleiben! Schön... Versteck dich! Wir müssen ein Universum retten! Universen, egal! Ich brauche eh keinen Partner. Warte! Muske! Sie kommt nicht mit! Aber... Kids sollte hier sein. Sie wollte aber nicht. Aber nur, weil sie sich für gefährlich hält. Und vielleicht hat sie recht. Und du gibst sie also einfach auf, weil du Angst hast? Sagt der große Held, der zu feige ist, die anderen Lombaxe zu suchen? Zumindest ist meine Angst berechtigt! Sorry, ich... Verzeihung. Euch geht's allen gut! Oh, wir haben uns solche Sorgen gemacht! So leicht sind wir nicht aufzuhalten! Was hat da so lange gedauert? Hey! Ich glaube, ich weiß, wie wir den Imperator finden! Wenn ihr bereit für den Kampf seid, dann kommt zu mir! Viel Glück! Ah! Bleh! Dein Zugang ist wieder zurück aus dem Lamour mit den... ...Männer! Nein, nenn das nicht Wunder, sondern eine Wiederauferstehung! Dafür kommt Spezialwesse aus der leeren Kaffee! ...Eine Maschine zu versen im ... ... ... ... Schnellen! Schnellen! Ja! Ich verbessere die Kraft des Mannes! Bebissern! So, ab hier ab! So, ab hier ab! Los, Menna! Sevent, Tracen, Schnellen! Das ist die Zukunft. Die eigenen Augen, die die Kraft des Wandlers so nennt. Alle wahren Kämpfer sind Meister der blitzschnellen Reaktion. Deshalb tauscht dein Zirk und eine Waffe alle fünf Eliminierungen gegen eine neue aus. Wechselzeit! 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 Aktiviert! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, ja, ja! Ah, danke! Ha! Ja! Ha! Ha! Ja! Ja, ja, ja. Hm. Ja, ja, ja. Liebes Publikum, seht zu, wie wir die scharfschützenden Fertigkeiten des Lombaxes testen. Lasst diese Soldaten tanzen! Aus der Distanz! Ach, 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 ach! Geh! Geh! Oh, wenn das die Lakaien des Imperators sind, verpasst ihr nicht euren Termin zum Stiefel lecken? Oh, das ist so. Oh! Oh Gottloch! Geht's! Der Scheidert! Der Scheidert! Der Scheidert! Halt auf Schneider auf Rädern! Möchten uns heute Gesellschaft leisten, Leute! Und Claire in Zukunft hat die Schwerkraft für zusätzlichen Spaß an ihre Anderpots! Mal sehen, wie du dich gegen sie schlägst! Das ist galopp, Maxion! Halt auf! 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 Was ist das? Achtung! Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Geh, 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 geh! Geh, 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 geh! Geh, geh, geuette? Geh! Geh! Geh, geh! Feah, geeh, geeh! Sieg, geeh ... GETATE! Geht, geeh, 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 Oh! Juhu! Oh! Yay! Oh! Dein Siliconica hat der Namen und kannst mehr Fliegen. Ah! Willkommen zurück! Golo! Gewinn, loser! Gewinn! Achtung! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.